Schräg Züchtung noch am Himmel. Das ist ja die DDR. Damals hätt ich gesagt, da ich mich nicht auskennen war, wo ist doch allerrichtiger Hund und Züchter. Das ist ja eine Stimme. Hat sie gesagt, Aber das ist ja kein deutsch. Das ist auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist krass.